Ja, Junge, wir sind schon ingame. Was ist was mit dir? Du bist doch noch HTV'n. Nein, das haben wir schon nix gemacht. Und HTV'n? Alter, wir haben nicht mal damit gerechnet, dass du mitspielst, Clair. Weil wir schon die Zeit genossen haben, in der du nicht dabei bist. Ich hab doch schon gesagt, hallo, hallo. Warte mal, ist das der Clown, der hier auf mich schießt oder was? Aha, Anthony, aha. Wir haben jetzt übrigens, ne, wieder das Messer auf 100 damage. Echt jetzt? Oh nein. Ja. Ich hab's Gefühl, ich spür gleich ein Messer. Wenn ich spür gleich ne Möwe. Ihr wisst alle, was denjenigen blüht, ne, wenn ich ne Möwe hör, ne? Oder eine selbst schmeiß. Oh nee, Alter, da krieg ich bestimmt ne Gemma Strike. Hör auf damit, ne? Hast du vorher noch geguckt, ob da Gemma frei ist? Ist das sowas wie das hier, oder? Oh mein Gott, hör auf! Alter, was ist die Teufel? Boah, ich dachte gerade schon so, what the fuck? Ja, ich auch. Ich dachte, ich hätte ne Sticky dran, Alter. Ja, klar. Das einzige Sticky, was bei dir dran ist, ist vielleicht ein Popel. Chris, möchtest du mein, äh, Messer spüren? Ja komm, hau rein. Mann! Ja komm, hau rein! Alter, geh doch mal weg! Alter! Ich schieß dir! Wieso haust du mich mit ne Eisenstange? Christian! Hör auf, ich bin mit ne Eisenstange zu schlagen! Ich hab ne Frage, wer ist ein Traitor? Ich hab ne Frage, wer ist ein Traitor? Kill einer Technik! Nee, René, jetzt wird das, dass wir das getrappeln! Ja, Technik ist süß. Hey Chris. Ja? Danke sein! Ja? René, hör mal auf, wir werden zu rennen, Mann! Ich such eigentlich jemanden! Ja, mich oder was? Ich weiß schon, wen er sucht! Den Anton! Ja, such ich ja! Den Sons! Anthony! Kler? Ja, da ist er! Mann, Alter, Kler ist lieber hingeben, du Bongo! Ey, bist du bescheuert? Was, Kler? Was sag ich mal? Alter, sieh was? Nein, Kler hab ich schon gemacht, Digga! Hallo, zähle! Du musst mich! Ich glaube, ich fall nicht vom Stuhl! Wann ist der mit Leon? Wehe, du läufst mir jetzt hinterher, Junge! Ich würde sagen, der Ferrer hat grad getrunken! Ich bin gespuckt, Alter, grade! Anton, wehe, du läufst mir hinterher! Ich bin gar nicht bei dir! Ich mach das nicht bei dir! René, René kommt mir Suspekt vor! Da hinten kommt ne Zähle! Mach sie weg! Die kann ich! Suspekt? Ich bin der Cheater! Zähle! Zähle! Oh mein Gott, Zähle! Oh mein Gott, Zähle! Oh mein Gott! Ich kotze ab! Als ob das nicht funktioniert! Als ob das nicht funktioniert! Die funktioniert einfach nicht! Oh, sorry, da war's so, sorry! Sorry, sorry! Ich schieß nicht zurück, Jan! Ich ist immer noch in dem Raum! Los, Anthony, hilf mir! In welchem Raum? Ja, das ist natürlich sehr gut! Wow, der Sellout! Jan, Alter! What the fuck! Jan! Hör auf, um mich zu schießen! Du dreckiger Junge! Ohohohohohohohohoh! A function! Dreckiger Junge! Dreckiger Junge! Dreckiger Junge! Dreckiger j- So richtig bad. Zähler, was geht eigentlich mit deinem Ping? Er wurde gefragt, wer ist Traitor? Und er sagt Zähler. Ey, ja, du warst doch Traitor. Irgendjemand hat mich gerade angeschrieben. Das ist eigentlich peinlich, wenn man einen schlechteren Ping hat als ich. Wer hat denn einen schlechteren Ping als du? Hä? Warte mal, haben die jetzt ein neues Clowns-Internet oder was? Ja, ja. Weil der Clown da lachen muss, ey. Ja, der spielt wieder mit 90 Meter LAN-Kabel. Junge, weißt du, was peinlich ist mit deinem Ping? Wie wärst du so wert? Technik, weißt du, was peinlicher ist? Bitte? Wenn du weniger Frauen am Start hast wie Claire. Moment. Alter, Claire nennt dich um. Warte, Claire hat mindestens eine am Start. Oh shit, Alter. Okay, okay, wer will mich triggern? Nenn dich um. Ich bin jetzt Traitor, aber ich muss mal eben meinen Namen ändern. Deswegen bleib ich jetzt stehen. Claire nennt dich um. Ihr Ju-Jungen. Ich hoffe, du wirst dann nicht dafür. Oh! Ohhhh! Ey, klub auf den Weg, Mann! Hat er nicht gemacht. Alter, Zähle leckst voll, oder wer leckt hier? Der ganze Server leckt ein bisschen. Mein Ping ist okay. Jetzt geht meiner hoch, aber macht nix. Alter, ich mach den Kopf. Für mich ist halt schon wieder Zähle, echt komisch. Wieso bin ich jetzt denn schon wieder? Ah! Der lebt. Wieso ist hier eigentlich überall Blut? Zähle! Nein, Mann! Ich muss nicht wegschreien, ey! Weil ich übelst noch über den Tod von Claire gelacht hab, ey! Mann, nein, Zähle! Ich find's nicht! Ja! Du musst einfach über mich schringen! Ähm! Da ist jemand gestorben! Ja! Alter, ey! Fucking rip, ey! Der Klor, ey! Warte, ne, weg! Was ist? Ziel ist tot! Ja, Ziel ist tot! Parry hat sie weggemacht! Was? Oh, okay! Ich hab niemanden getötet! Hm! Hä?! Alter, Chris, ey! Dann kannst du echt nicht wegnehmen! Aua! Ey! Anthony! Bleib gefälligst stehen, du Holz! Na also! Geht auch! Alter, ey! Ich muss mich nicht so wegkrachen beim Chris! Bäh! Maximal gut! Ähm! Ja! Fingers? Ja! Du bist' es nicht, wa? Sag' dir! Ich bin's nicht! Das ist ja die übelste Klauen als Instagram! Ich würde dich ... ... dass er darüber lachen muss. Alter, das du mich echt noch tödet, man. Alter, der Chris hat mich gekillt, Alter. Es war so klar, ich dachte nicht, so du musst irgendwas machen, Jan. Du warst gut, ey. Wir hätten mal sehen müssen. Wir hätten mal sehen müssen, wie der Kletterer aus der Gruppe einfach rauskippt ist. Ich warLAUGHTERin in einer describing und er meinte, ne, ich bin es nicht. Ich hab irgendwie gewusst, dass du irgendwie noch später bist, weil ich hab's doch irgendwie gerochen. Alter, ich konnte mich echt nicht mehr zusammenreißen. Ich musste erst mal in eine Kabine rennen und mich hinstellen und lachen, ey. Das war so dumm, ey. Ja, und dann... Alter, wie sehr hab ich das Messer vermisst, ey. Das war echt... Oh, gut Urteil. Ob man mir eigentlich keiner geschrieben hat, weil ich den Namen nicht mehr gebacken krieg, Mann. Ja, du hast halt PEH! Ne, ich hab grad nicht an Kula, ich wollt Kula sagen. Naja, weil ich derjenige bin, der den Server verwalten kann. Ey, wieso? Hast du auch Ju gesagt, oder was? Ja, vor allen Dingen der Technics, oder? Äh, was? Jusos, Jusos, Deutschland? Ja, vor allen Dingen, Chris, ne, ich versteh das gar nicht. Technics wurde von ner Möwe weggesprengt. Ja, aber ich hab die ja nicht gesehen oder gehört. Achso, ja gut. Okay. Witches, ja. Also wenn ich die seh, dann triggere ich. Halt, ne, don't do it. Wenn ich mich selbst schmeiß, dann verrate ich mich zwar, aber dann ist es mir wert. Haha, jawohl, scheiße. Kaka! 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 Paddle Cut! Bist du bescheuert? Warte mal, außer ich schieße mich an... Wieso mit Etsy eigentlich angeschossen? Ich hab 6 HP mit Zähle! Zähle hat mich einfach irgendwie runtergekloppt! Kutzer, was machst du dagegen? Ich hab... Kutzer... Ja, du kannst mich umbringen. Nein, du kannst mich umbringen. Ich bin's nicht. Du hast mich tatsächlich gestickiert. Nein, ich bin's aber nicht. Hier, töte mich. Komm. Muss ich dich erst triggern, Jan? Aua, ey, warte mal! Du Sack. Gesicht. War's nicht, okay. Oh mein Gott, Jan! Jan! Nein! Komm mit Fried! Ähm... The unlucky, okay. Ey, ohne Witz, die Schocks war 50 fucking 50! Technik! Danke! Alter, nee! Wieso bist du's nicht, Techniks? Warum muss der Kler schon wieder da oben campen, Alter? Der dreckiges Stück Scheiße! Warte mal, wo ist der denn der? Jan? Oder bist du das, der da camp? Nee, der ist Kler. Aua, der ist oben drauf. Äh, einen Moment, ich hol dir den. Och, Manu. Ey, das sah halt nicht immer da oben, könntest du... Ich versteh das echt so. Warum gehst du es an nach Kler? So, wie wenn Kler Dete ist, hat er immer die Spider-Man Gang. Das ist doch... Geht doch einfach nicht in der Mitte hoch, Kler. Das ist doch komplett dumm. Sorry, Anton. Alter, es war viel zu gut, echt. Die Zähne wieder meinte ich was. Ja, du warst erstmal holzsatt, die ganze Zeit in deinem Herr, und dann sagst du aus, als hättest du ihn angestiget, weil du es so komisch gebückt hast. Es war halt, also ich hab halt auch erst gedacht, dass du dieses Ding gärtst. Dann der Technik wird einfach komplett weggerotzt, ey. Ey, guck mal, ich weiß, wie hoch waren die Chancen, Alter? Hast du ihn wieder weg oder hat? Nee, nee. Also, 36%, dass du kein Traitor bist. Wie viele macht das schon? Äh, 56%, dass du Traitor bist. 50% oder so. Und dann... Nee, anstatt dass du mal fragst. Ja, Anton und ich haben nur ein Spell gemacht mit Pistols. Ja, warte, 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 hätt ich denn fragen sollen. Technik, bist du Traitor? Ja, ich hab dir doch die Wahrheit gesagt. Ja, alles klar, boys. Wer triggert mich? Ich bin wieder D. Vor allem, das Geilste war ja auch noch, da kommt wieder dieses typische von Techniks. Danke. Das ist ein Traitor. Hallo, Chris. Ja. Aber Techniks weiß was. Hast du mich triggern? Ja, so ist es. Junge, der Strip ist gleich in der Schlacht, Mann. Dich kann man gar nicht triggern, du Fettsack. Natürlich kann man mich triggern. Also nach dem Ding hat mich gewonnen. Du Fettsack. Guck mal, dein Kopf ist sogar zu fett für diese Stupfmaske da, die du aufhast. Du, die Lab. Ja, mit Gül, ne? Die Stupfmaske, die du aufhast. Meine Mama hat sich die ganze Elephanton, aber du beschwerst dich, ne? Kleine Temperatur gewaschen, deswegen ist sie jetzt ein bisschen eingelaufen. Du bist zu klein, das ist Jator. Oh. Ups. Er darf mich grad schlagen. Nein, nein. Er darf mich grad schlagen. Nein, nein, nein. 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 Also mein Sherrod's Flay ist on point. LOL, Arthur wurde gesniped. Verdient. Stimmt. Was ist das? Anthony wurde grad mit Narve getötet von der Gastkamera aus wahrscheinlich. Narve? Ja. Hey, Chris. Hallo. Ich war bei dir. Triggering Intensive Eyes. Ja, aber viel. Warte mal, dann entweder du oder Claire, weil sonst benutzt ihn keiner. Ich stand direkt neben dem. Das stimmt. Also das war in den Jahren. Da war Claire weg. Der stand auch neben uns. Wer war denn noch nicht hier bei uns? Obwohl Zähler verdächtig. Was ich Zähler? Ich stand neben Technics hier vorne. Ja, ja. Zähler. Warte mal, dann gibt's ja nur eine Möglichkeit. Moment mal, bin ich es? Warte mal, dann bin ich es hier. Nein. Klack, 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 klack. Oh mein Gott. Oh lol. Dann ist es doch hier an Alaki. Das ist echt die geile Decision-Making. Vor allem, das war aus Versehen, Chris. Vor allem, ich sag mir so. Oh, sorry. Sorry. Nein, 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 nein. Es kommt nur dieses Bumms und weg bin ich. Wie in Pulp Fiction. Oh Mann, ich hab mal mit ins Gesicht geschossen. Alter, ey. Heute ist unser Decision-Making auf jeden Fall on point. Das finde ich gut. Werden sollte, werden einfach umgerotzt, Alter. Es ist egal, ob gewollt oder nicht. Warum redet der Klur eigentlich so wenig? Man muss ja wieder nebenbei im Skype. Man muss ja Knife wieder zelebrieren, ne? Der ist gerade auf dem anderen Team-Speak beschäftigt, ja. Ist der echt auf dem anderen Team wieder? Nein, das ist... Klur, du bist gemutet, du Fack. Alter, ich bin gemutet. Die ganze Zeit schon, seit drei Runden. Alter, ey, come on. Er hat eben schon die ganze Zeit gesagt. Vor allem, jeder normale Mensch würde sich doch wundern, wenn da keine Antworten ist. Ja, also Klur. Das wundert mich schon gar nicht mehr. Klur denkt sich einfach auch, komm, die antworten mir eh nie. Ja. Genau. Guck mal, wer fliegt da durch die Luft? Ja, ich wollt grad sagen, wer hat schon wieder den... Kitz? Kitz, kommen wir hier rein? Ja, komm. Was gibt's denn hier? Komm, stell ich mich ab. Alter, Anton, du leckst du das schon. Ich hab ja leider kein Messer, aber sonst würde ich nicht abstehen. Aber du scheinst auch ganz dran. Das ist schon mal wenigstens... Ich hab auch... Sag mal, ist eigentlich mit 830 Kamer immer noch ein One-Shot? Äh, ja, ich glaub schon. Ey, irgendwann hat Anthony angeschossen. Halt! Wer fand ich bei Mardis? Gernee oder 10? Nee, der hat eine Digel. Pelle, klebst du noch? Ja, ja, ich kleb noch. Ich weiß nicht mehr, da waren schon. Chris, was hältst du eigentlich von minus 9 Punkten? Ich roll das Feld von hinten auf. Und nicht nur, weil ich fett bin. Das kann man selber drüber lachen. Warum muss ich denn darüber lachen, wenn jemand sagt, ich bin fett? Na ja. Also Chris ist, glaub ich nicht, der hätte mich... Also Chris nutzt eigentlich jede Gelegenheit, um mich abzumessern, Alter. Der würde, der würde nicht zögern. Wär jetzt wahrscheinlich echt ultrageil gekommen, wenn ich dich bei dem Satz abgestochen hätte. Oder die Möwe. Oder die Möwe. Ja, eigentlich die Möwe. Ocean Man? Dann hättet ihr doch sein. Nee, 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 der hat versucht, mich vorm Himmel zu ballern, Alter. Schäm dich. Sorry. Irgendjemand hat auch auf mich geschossen. Ja, okay. Keine da hinten. Ey, was? Ich glaube, weißt du, wer für mich verdächtig ist? Zähle. Das ist so klar. Ja, weil du nichts sagst, Zähle. Du bist hart konzentriert. Du trash-talkst normalerweise die ganze Zeit. Geh mir nicht hinterher, Zähle. Guck mal, wie die mir heute herläuft. Ja, Alter. Safe-Call dieses Gehalte. Ich riech die bis hier. Ich riech die bis hier. Ich riech die bis hier. Ja, nee, komm. Mach es mir aus. Aber doch mal endlich. Du hast mir gerade zwölf Leben geschossen, hä? Ich hab dir zwölf Leben geklaut. Ich würd gerne auf meine Kappe nehmen. Was hast du gerade noch mal gesagt, Chris? Immer wenn Clur mitspielt, geht der da hoch? Oder hat als DT immer die Spider-Man-Gun? Ja. Der Call halt, ne? Kann denn mal einer der Traitor bitte einfach nur runterledern da oben? Wurde ja schon versucht, aber... Ich sag auch nichts. Ich bin ja... Nach so einem Call, ne? Könnte man ja rein hypothetisch betrachtet, den werden wir einfach mal wegholzen. Reinholz mal. Meinst du? Ja. Ich soll dich wegholzen, Clur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua, ich bin's nicht. Du hast auf mich geschossen, Alter. Warte mal, Perry fängt auch auf mich zu schießen nach der Eskalation, ey. Alles klar. Zähle, zähle, zähle. Ist auch nach oben. Ne, finde ich nicht. Ne, finde ich nicht. Zähle ist oben, Ne, finde ich nicht. Gut. Boah, ich hab mich dürrenledert, Alter. Oh ja, natürlich. Das ist doch René. Alter. Oh, guck mal, wer kommt denn hier angeschwommen? Der Perry. Der Hundi. Bei den Duschen, 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 bei den Ja, ja, ich weiß. Hast du auch mal umkippen, Alter? Ach so. Alter. Ohne Witz, ey. Nächstes Mal roste ich die Zähne sofort weg, wenn die so unfällig ist. Alter, weißt du, der Chris fliegt voll seit weg, ne, Alter. Und dann fängt der Perry auf einmal an, so Panic auf mich zu schießen. Ja, Junge, aber ich hab doch nichts mehr gemacht dann. Ja, ich dachte so, ja gut, wenn er auf mich schießt, nachdem einer mit der Rakete wegfliegt, Junge, warum sollte ich denn auch Traitor sein, Alter? Der Chris stand in mir drin. Ja, das dachte so. Und ich wurde mit weggeballert. Ja, an unsere Seele, Mann. Die ist Kollateralschaden main. Aber der Chris weiß ja nicht. Ich sag ja, denn... Wie keiner merkt, dass Anthony ganz so tot ist. Das ist halt sehr toll so gewesen, dass du halt so konzentriert warst und deswegen nicht geredet hast, Alter. Ich glaub, Anton hält sich jetzt von mir fern. Ich muss einfach lachen, weil der neben mir Anthony weggerapzt hat und dann... Ich hab mir ein Baguette bestellt. René, ich hab mir grad ne Shotgun geholt. Ernsthaft, geiles Baguette, Alter. Ich glaub, Anton will sich von mir fern. Ich glaub, Anton will sich von mir fern. Fucking French Connection. Ja, French Connection. Props gehen raus, ihr Nutten. Hier, warte mal, ich mach mir mal ein Foto in die Gruppe. Übrigens, Claire, du hast zwei AWP-Shots überlebt und... Wow, Alter. Ja. Also irgendwie find ich ja, dass Kruzer stinkt. Der Mais liegt komplett neben der... Oh. Ein Move und ich... Nein, ja. Du bist ganz schön hässlich, Kruzer. Aber René, bei deinem guten Aim, da hättest du getroffen, wenn du mich hättest. Wenn du den haust, ne? Wenn du den haust, ne? Wenn du den haust, ne? Fick dich doch. Ja, aber was soll denn das? Ich bin jetzt acht Runden kein Traitor gewesen. Warum sollte ich's jetzt sein? Ja, weil du... Ich bin auch nicht Traitor gewesen, aber ich bin zweimal Dete gewesen. Weil du jetzt echt geknallt. Ich würd dich ja eigentlich gern töten, weil's eigentlich recht nicht okay wär. Nein, 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 nein. Anton, wenn du Jader bist, kill mal bitte René. Der hat mich angehaut. Okay, okay. Okay, warte. Chris, mach mal den Ocean Man auf René, bitte. Nee. Ich würd jetzt nicht mehr in die große Kabine rennen. Hallo, Spoiler, mach bitte mich hier rum. Ja? Jetzt renn weg! Das hat Clarick schon ge... äh... Spoiler hat vorhin. Aber der spricht so wenig, der ist tot. Äh, bei den Kabinen. Ja, klar hat ihn getötet. Achso. Du hast Safecom? Lol. Ja, ja. Alter, er ist 100 pro dann eben wieder oben. Laber nicht, Ziele, Alter. Ja, ey. Laber nicht, Schweine labern auch nicht. Hahaha. Ey, klau uns auch noch. Richtig schon. Ach, und da liegt er doch. In der Base. Der Base. Oh, hier liegen zwei. Und dann liegen zwei. Okay, dann ist er... Drei liegen hier. Alle in der Base, alles klar. Was? Was? Lele, du! Alter, tot! Bist du ein Haufen! N! N! Ich glaub, N für ein... Ton, ja. Nee. Aber er meinte eigentlich nur mich. Also zähl und antern. Nee. Der da noch das N rausgedrückt hat, ne? What the fuck? Vor allem, wie ich werfen wollte. Ja, nur das N nicht da da hin. Nicht werfen, Alter. Vielleicht nix, wir müssen uns verbinden gegen die Bandplaps. Willst du abteamen, oder was? Nee, eigentlich will ich lieber vor my own kämpfen, so. Ich weiß ja nicht, ob du's auch bist, vielleicht. Der dritte Traitor. Weil du hast mir ja schon... Antonis, ich hab hier abgezogen. Sehr schön. Ich hab keinen Aim, das zählt nicht. Hallo, wo fightet ihr denn? Loll, Alter. Der Lea hat da ungewöhnlichen Trigger, ey. Wir haben beide Rocket Launcher. Vor allen Dingen, das Geilste ist ja, ne, wie oft wir zählen bitte Traitor, Alter. Ja, Mann. Der Rote ist so bad, Alter. Du machst ja gar kein Roleplay. Zele sagt entweder gar nichts. Der dachte ich mir auch so, what? Es gibt drei Arten von Zele-Rollplay. Einmal nichts sagen. Zweite Mal übelst nervös sein. Oder drittes Mal, sie holzt es einfach komplett am Anfang der Runde irgendwo ein Rocket Launcher rein. Wieso hast du auf mich geschossen, du Idiot? Du bist durch Zele gestorben. Du hast mich geschossen. Ja, weil der dich gehauen hat. Weil der dich gehauen hat. Weil der auf mich geschossen hat und die Rakete durch mich dann durch den Korinther auch schon und dich getroffen hat. Der letzte Hit, den du kriegst, ein Zelt bei World ja nicht. Aber ich hab ihn nur geschubst, nicht gehauen. Als Killerzelt. Egal. Boah, ich bin schon wieder Inua. Ist das eine Pisse. Ich bin schon wieder Traitor. Ja, glaub ich nicht. Herrick ist es. Hier die Muni rum, Alter. Oh ne Scheiß, dieses Drecksbaguette. Ne, ich krieg zu viel gerade. Klar. Schmeckt das nicht, oder? Witzig. Es fällt einfach alles raus. Oh, deswegen schärst du dich. Eins. Oh. Ey, hier ist immer Tore. Ja gut. Alter, immer gegen Chris. Hä? Warum hast du René gekillt, Anthony? Oh shit, ey. Oh shit. Oh shit. Da sind jetzt schon wieder alle gestorben. Alter, hat er nicht gemacht, Alter. Ey, gib dir die Möwe über Ocean Man. Ihr habt die Möwe nicht gefunden. Wo ist denn die im Shop? Alter, ne, Mann. Alter, Zehle, das war nicht dein erst gerade, dass du noch gezündet hast, oder? Oh Gott, war das geil. Ne, ich hab mich ja schon geguckt. Alter, freut mich halt nicht mal was nach der Sache. Ja, wo hast du denn sonst hingeguckt? Auf mein Handy. Ja, what the fuck? Wir spielen die hier. Ne, ne, war das ganz zu viel. Du hörst nur die Drums kommen. Wir haben alle gestorben. Weißt du, du hast echt... Vor allem... Von der geilste war halt, ich hab die Drums kommen hören, bevor ich überhaupt tot war. Ja, ich hab ja auch extra direkt gedrückt. Wolltest du dich einmal rächen, oder was? Ja. Der fucking Anthony. Er wird halt, äh, Dieter, kauft sich den Roller, läuft zu mir hin und... Ne, ne, weißt du warum? Ich geh raus aus der Kabine und instant flieg ich nach oben wegen der fucking Discump. Hm, wer hat'n die da hingeschmissen? Ja, ich. Ne, wirklich. Ja. Ja, da hätt' ich dich auch umgebracht für. Ja, herrlich. Gerade wenn du schon so Revolver in der Haft hast. Ja, Freitag. Wir müssen treffen, wir müssen uns töten. Ja eben. Geben wir eine Kabine. Geben wir eine Kabine, oder was? Geben wir eine Kabine, oder was? Ja, das ist auch eine Familienkabine. Das ist Connection, Alter. Das ist Connection, Alter. Ja, das ist auf jeden Fall... ...maximale Fusion ist das. Ja, genau. Auf die Bank, weil dann sieht uns keiner. Wo seid ihr? Da ist das dumm, ey. Wenn du hier reinkommst, töd ich dich mit einem Headshot. Oh, echt. Natürlich eine elegante Töne. Wenn du hier reinkommst, scheiß ich mich ein. Oh, oh, oh. Dann, ich hau dich, wenn du nicht weggehst. Mann, Alter. Ja, aber Technik, wo hältst du eigentlich... Wo hältst du eigentlich die Mc10 fest? Schiehst du dir da durch die Fie nach vorne? Ja. Ja, Fan. Ja, Technik ist ein Clown, bei dem ist alles anders. Ja, ja, ganz ehrlich. Technik ist halt eigentlich eine neue Zielvorrichtung, oder so. Ja, ich bin Gangster, weißt du. Hab die beiden gefunden. Also ich mein, so... Kimme Korn schießt ja jeder, ne? Aber du... Ich halte auch nicht die Waffe so, sondern so. Über Daumen und Zeigephörer... Du hast es jetzt vielleicht nicht gesehen, aber ich halte die Waffe so und nicht so. Ach, Zähle ist Dete, ja wow. Natürlich ist sie doch nicht. Anlag. Ich hätte es jetzt echt gefeiert, wenn die Tür zugeht und vor der Kabine nur so'n... Loil, der Volper Schuss kommt. Mich hat dieses Ocean Man einfach so gef... So... Boah, ich möchte dich gerne abgeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel Prozent wahrscheinlich ist das Anthony eigentlich? Lass uns das mal kurz über den Daumen schlagen. Jan wurde wahrscheinlich von der Möwe gefüllt. Der hoch. Okay, tot. Ne, warte mal, wir haben ja keinen Ocean Man-Sound gehört. Ja, da wartet ja nicht Chris. Aber das passt. Bin ich nicht so. Dreh ich um. Safe call Peric. Was? Also Chris warst du? Er ist gerade hier hochgegangen. Wo ist der denn gestorben? Ja, wo ich stehe. Ja, toll alter. Das ist jetzt echt geil lucky. Wirklich. Da bin ich's direkt oder was? Peric oder Klo? Richtig. Wer sagt mir denn, dass du's nicht bist? Ich? Nö. Ja, hat keiner einen Beweis. Aber... Oh mein Gott. Kann man da mitfahren? Ey geil. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Nein, wir fahren jetzt hier mit. Wir haben Flughafen, Mann. Hola. Blau in der Pool. Blau in der Pool. Ja, Phil die alle. Pass Hä, wo ist der Sound Chris? Ich hab dich extra deswegen weggesprengt. Geil, Perry. Dankeschön. Jetzt seh ich den F... Nicht mehr. Ocean Man. Aua, meine Augen... Jan, Jan, siehst du was? Der Jan, der hat Schild an, der sieht alles. Aber meine Augen sind sowieso schon komplett ranzig und jetzt auch noch so ein Scheiß. Boah, Alter, ich seh halt nix, man. Das ist halt maximal behindert. Jan, mach's halt nicht an, Jull. Ich muss das anmachen, sonst wär ich nicht weggekommen. Ist ein Löwe in der Luft. Was? Mein Saft? Jo. Oh, selbstbrech. Oh, die Runde ging ja richtig lang. Ich hab den, Perry, du hast die Möwe auf Anthony geschossen und ich hab Ente, die währenddessen umgeknallt und deswegen hab ich nix gehört. Nee, ich hab... Nee, ich hab die auf dich geballert, die Möwe. Nee, die Möwe, ich hab keinen Sound gehört. Hä? Ich hab keinen Sound. Der Bob auch...